Hast du gewusst, dass da genau das Bett von der Maria Theresia war? Bitte hört's auf mit dem Blödsinn. Also bitte da jetzt hinstellen zur Abgelombung. Nicht fotografieren, bitte. Meine Damen, stellen wir uns bitte von mir aus weiter nach rechts. Wir wissen nicht, wie die nächste Regierung wird. Nicht, dass da durchbringt. Passt, da ist einer, der geht ganz nach rechts außen. Ist der Bundespräsident beleidigt, wenn ich einen Witz erzähl? Nein, sicher nicht, der ist sehr humorvoll, er kann sehr über sich lachen. Auch die Raucherwitze mag er, jeden Einzelnen. Was ist das Gute daran, dass die Grünen aus dem Parlament geflogen sind? Der Präsident ist jetzt wirklich parteilos. Entschuldigung, das ist ja wirklich ein Witz, oder? Da wäre er also beleidigt, wenn ich das sag. Na sicher, das ist alles in seinen Wunden. Hey, ihr zwei, Privatissimum ist vorbei. Wir können eh schon anfangen. Abgelobung heute hier, ein Jahr zu früh. Nicht, weil eigentlich hätte es noch ein Jahr bleiben müssen, nicht? Aber vielleicht lass ich mir mit der Angelobung auch Zeit. Schau'n wir mal, nicht? Weil einer von euch war so eitel, dass er früher quälen hat lassen. Na gut, aber jetzt gelogen wir mal ab und dann überleg ich weiter. Zug fährt ab. Wohin? Abgelobung. Danke. Miep, 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 miep. Gott zum Gruße. Herz Jesu. Wie geht's um Arma zu? Gut, abgelobt. Danke. So, das reicht, alle anderen denken sich's. So, bitte stürz euch noch hinten des Unwichtigens. Der Herr Bundespräsident gibt euch jetzt noch ein Empfehlungsschreiben mit. Es wird einem nachher einen Witz erzählen, der wird ihn nur beleidigen. Wär ich sagen, ey, was ist das Gute, dass die Grünen jetzt aus dem Parlament rausgeflogen sind? Dass der Präsident jetzt parteilos ist. Miep, 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 miep. Wollen's noch fertig machen? Ah, Sie sind ja jetzt parteilos. Hä, was? A gäsch, mie, vergeigt. Vielen Dank.